so ich weiß nicht, ob wir jetzt alles angucken sollen oh, ich könnte nicht auf der Straße sein, als ob ich zu der hübschen Lady hergehe Hi Na, Brick, gibst du mir einen Schein, wenn ich allen erzähle, wie augenglaublich hart du bist Mein Gott, Brick, was bist du so schwer für ein Begriff? Begriff So, komm ins Hotel rein Ich darf einen Ried nicht aus den Augen lassen Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich weiß von nichts Es würde ohne sie doch glatt fangen und geht nach Füßen Jeder lebt so annehmlich, wie er kann Und sie müssen immer den einsamen Wolf gehen Machen sie endlich Aufwand Hallo, zugesehen, sie verstand es sich präsentieren Wie sie sich so laziv mit aufgereizter Gebärde an der Wand lehnte Oh Mann, erst mal verschnafen Jetzt renne ich schon den halben Tag des Verhältnisses und so nach Fifi Oh, ich denke, der Lüde gehört, aber Na sicher Okay Dann rein hier in The Teacher Verdammte Boster, sie sind überall, aber bin ich leise Hallo, Brick, du warst ja schon ewig nicht mehr im Kino Pssst Was sagst du, Brick, ich kann dich nicht verstehen Pssst Was, wie, wer, da spreche ich euch, du hast lauter Brick Gebrauere, du dumme Kuh Ach du Jungs, wir haben Besuch Entzückend Hey, geil So, nächstes Gefecht Abends im Teufel muss ich, hab ich nie Deckung Ähm Ernsthaft? Ne Nicht ernsthaft Okay, Regel nochmal zwei, man sollte speichern Halbstunde Spielstand weg Naja Ich weiß jetzt, wo es lang geht Wir haben alles angeguckt, dann mach ich das jetzt ganz schnell Was ein Scheiß Mein Gott So, ganz schnell Ganz schnell machen wir das jetzt Schnell zum Schraubenzieher kaufen So, ich habe jetzt eine halbe Stelle Spielzeit In fünf Minuten Das ist machbar So, kaufen Fliegentatsche Den Schraubendreher Habe ich schon Und ne Hammer Ja Ja, bleib Lass mich nicht Ah, eigentlich sollte ich ja noch Alle ganzen Leute annabern Weil das auch passiert So, dann versuchen wir das mal ganz schnell Der fliegt sich in die Luft Ich habe aber noch ein Risky von dem Typ da bekommen Ich wollte ein anderer waschen Ähm Hmm Risky, Risky Das war hier So Mein Risky Ach, da war ja noch was drin Das Risky, den wir gefunden haben Den müssen wir auch natürlich War das hier? Wo haben wir noch die Risky gefunden? War das War gar nicht viel, glaube ich Ach, das ist scheiße Hier war total Hier war total Hier war total Wie ist die noch Vertrei Hier war total Wie ist die noch vertrei? Hier war total Wie ist die noch vertrei? Eine Zigarette Hier war der Video-Break Sinnlos, das war sinnlos Sinnlos Das war sinnlos Sinnlos, das war sinnlos Die können wir jetzt abmachen. An dieser Stelle speichere ich jetzt mal kurz. Oh, clever. Clever, anders. Oh, oh. So, direkt zum Klavier. Einer Whisky irgendwo. Ja, geil. Jetzt finden wir ihn, Hammer. Das ist ja super. Ganz schnell drüber. Mein Utrecht. Da, 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 da. Das will Diener, der erstmal die Flammen wegspuckt. Kann man halt nicht überspringen. Schade. Du, 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 Dialoge, Dialoge, über Dialoge. Boah. So, der alte Rätschiff ist, was? Oh, ich verkleine uns jetzt. Geiler Klampe. So, der Klampe. So, der Klampe. Blablabla Blablabla So, gab's hier irgendwo Irgendwo war's doch Ach ne, das war nur... Ja, da war der Risky. Den will ich haben, wenn ich spiel, voll auf Risky. So und die. Hinten wir! So, also sind wir doch fast wieder da, wo wir gerade leider unterbrechen mussten. So, hier sprechen wir. Sprechern! Und jetzt gehen wir da rein. Verdammt! So, irgendwann kann ich den nachher wegschießen. Verdammt! Auf dem Leben! Zwei Leben! Nice! Hm. Ganz glücklich. So, jetzt sind wir direkt davor. Und dann hab ich's doch nochmal. Die scheiß Buster hat es zu besiegen. Boah, diese Mary-Green-Ey, die geht mir echt nicht auf den Sack. Die noch nicht auf den Sackbett. So, glaube ich kann das nicht auf den Sackbett und so, wenn der Sackbett in den Bisband sagt. Und wie das ist, wenn der Sackbett in den Bust befindet. So, alles Gstate, ich muss hier nicht auf ihn verletzen. Ich bin schon über 2. Feierabend! So, was haben die hübschen Typen denn von uns fallen lassen? 25$, ne geile Schrotflinte. Hm, ja, ein Magazin. Ah, gucken wir nochmal. Dann die Tommy Gun. Einen Mantel. Da haben wir auch noch einen Hut. Zwei Hammer. Fähigkeiten. Haben wir jetzt bestimmt was anderes gelernt. Kann man das? Ne, kann nichts erlernen. Und Dinge. Wie viel Leben hab ich denn? 14 von 26. Zwei Zigaretten. Weißen wer drin. Okay. Dann, was ist für die erste Aufnahme, für die nächste Aufnahme, nicht für die erste Aufnahme von... Let's Play Molo City. Molotow Cocktail. Egal. Bis zum nächsten Mal. Tschuuu. Tschüss.